Siebenhunderttausend Leute auf der Foie-Agricot! Daher, wo bleibst du dann? Und du von der Zwille von der Promie wenigstens, Mellivion? Das ist der Süderin der Promie. Einzermot auf der Foie-Agricot. Staub ist auf den Karelzhafen. Zwanzig Paargen, drei, den Ruf bis an der Süden. 14.350 Autos, nur bei 60.000 Pneuen. Drei Stunden haben wir gebraucht für Bisturin. Und nun ist drei Stunden für zurück bei Nacht. 580.000 Paargen? Nein. Doch. Aber das hier rufen noch Gleis, Fleis, Türen, Drähten. Auch Möden hat man gezählt. Möden? Ja. Möden? Ja. Möden, Möden. Möden von der Marke National. Türen hatte mir früher schon so einen Haarmann an der Todes. Ja, und heute, da frittieren sie am Fock mit Lützebeuer Mösch da. Und ein guter Schäppling. Den sagten sie in Zukunft vom Lützebeuer Bauer. Kein Furzen zu viel als solches Klimawandel. Den Markansen hat sie geschmeckt. Oh, sie bei sich behaft. Oh, ich habe mir noch nie so ihr Gesicht gesehen, weil es am Tag in Asselborns schon ab einer Stadt für Südanasien ein bisschen in den Himmel sein auslutschen. Ja. 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 Wenn du da gehrichst! Ja. Ja. Ich habe das so. Ja. 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 Ja, na, und hat man so schließlich wissen, hat er jetzt alle gesperrt. Stell dafür, du stehst jeden Trapp Limousins-Runner an einem Zahltag bei 55 Grad Celsius. Ja, mal so Slow Cooking nennen sie das in der Fall, ne? Ist das Fleisch schon länger rausprutschig los und zum Schluss ist es gut saftisch und aber durch, ne? Ah, Gala-Box, du läst dein Mippchen drei Minuten am Auto sitzen, fähr um Zuppermarché. Ein Bild wird gut, ne? Man hat die Bausche Frenz am Cockpit von einem schweren GPS-gesteuerten Drei-Strauss-Spuren-Breden-Miedresche. Ach, der rollt wie auf Schinnen, du hättest, mit dem gerät sie sicher alle Willensfuhrer. Ach, schon, wo weiten, wo den Körn-Körner hier krein, ne? Ach, wie krein mir das Fickel, da du los aus der Kau herausst? Oh, nein, ja. Ach, schon, er hat ein ganz Körpergummi angewickelt. Man hat ein langer Händspitz in er zu können. Hat er ein riesiger Kau und ein Leder. Ach, er hat verzweifelt und andere Gesicht. Ja. Ach, sei, die politischen Möten, und er ist in der Refrain, du hättest gekrenzt. Ach, und du, bei Westerall kommt, mit Karnibon. Ja, ja. Me, während Körn-Körnern hat er Duschtung, da kommt ein Händspunkt von der Frau. Das wird Händspunkt gepasst. Ja, ja, ja. Hau, drei Potent Ziell-Zukunftisch-Landwirtschaftsministern stungen hier auf drei stadtlichen Holstein ankei, die sie Fachmannisch besuchen sollten, ne? Und den Jean-Marie Halsdorf, de Ferner Ötchen, als Geheimfavorit, wo den Alli Käse, ne? Wem gelingt er sich zu den Kauzen beglecken, ne? De Ferner hat Bocks als Ötchen an. Schau, Maria, dass ich in meinem Fall mal ein Steuern verstehe. Anden, Ali, ich zum Flero-Sänger-Koll. Oh, du geseit, ach, das, du hattest Land-Op-Land-Op-Beleiften, ich sehe, den Artificial-Insemination-Contest, da ist Tausende von Leuten geseit, ne? Und auch ein grossherzoglisch-Koppelatischen Art-Holik-Gebischt. Ja, weil, komm mal, dieser Battle-Brick, du hattest schließlich den ihr grossherzoglischen Ehr-Katzensprung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I was murdered, ich sei schon, so und so einiges. I've spent a lifetime waiting for the night time. Now that you're near, my love is here at last. Eat now or never, don't hold me tight. My darling, my night. Tomorrow, we'll be too late. Good now or never, my love will face. Good now or never, my love will face. Good now or never, my love will face. If we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we meet again this way. Eat now or never, don't hold me tight. This means my darling, my night. Tomorrow, we'll be too late. Eat now or never, my love won't wait. 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 Now that's about it. Wasn't it cuz, like, you remember when you are like, bah.